Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 283. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Auch von mir ein fröhliches Hallo und willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und das hier ist die sozusagen kurz vor den In-Urlaub-Fahr-Editionen. Aufgepackten Koffern. Ja, sozusagen. Deswegen wird es auch noch so einige Ferngespräche geben, die heute noch mit erscheinen. Dann seid ihr erstmal versorgt und Alexa und ich können uns ein wenig in den Urlaub verabschieden. Vielen Dank für das viele Feedback der letzten Wochen. Wir haben auch noch nicht auf alle E-Mails geantwortet. Es ist im Moment wieder sehr viel, was da gerade passiert. Wir bemühen uns das nach und nach abzuarbeiten. Wir können an der Stelle schon einmal den Hinweis geben, dass am 6.9. Alex das neues Format klug scheitern. Wenn man Premiere hat, wie man das dann rezipieren kann, erklären wir euch gerne am Ende der Sendung nochmal und machen jetzt erstmal weiter, wie gewohnt, mit einer Story der Woche. Die Story der Woche Die heutige Story Wenn man dieses Foto nachts macht und zwar nachts, wenn der Eiffelturm angestrahlt wird. Also zugegebenermaßen, wenn er gerade nicht angestrahlt wird, also komplett dunkel ist, also bei Stromausfall oder in einer kurzen Sekunde, wo die Lichter eben mal aus sind, macht der jetzt nachts nicht so viel her. Aber mit der Lichtinstallation sieht es schon toll aus. Bloß das Problem ist, wenn man dann eben ein Foto macht und das kommerziell verwendet, hat man ein Problem mit dem Urheberrecht, wenn ich euch keinen Quatsch erzählt habe. Also ein Nachtsfoto vom angestrahlten Eiffelturm kommerziell verbreiten ist illegal. Ja oder nein? Da bin ich mal sehr gespannt, was da die Auflösung ist und wir machen erstmal weiter. Thema der Woche Ja im heutigen Thema der Woche beschäftigen wir uns mit etwas, von dem ich tatsächlich noch nie etwas gehört hatte, Miss Alexa zu mir gesagt hat, lass uns das doch mal machen als Thema und es handelt sich um die Unbekannte aus der Seine. Genau, wir sagen es jetzt einmal auf Französisch und dann nie wieder, l'incarnue de la Seine und sagen ab jetzt die Unbekannte aus der Seine und rollen mal die Geschichte einer sehr berühmten Totenmaske auf. Das heißt also, das Thema ist heute ein bisschen makaber, aber ich finde es hat auch was sehr Romantisches, jedenfalls so wie es in der Literaturgeschichte, in der Kunstgeschichte dargestellt wird. Das ist sowieso faszinierend, was da passiert ist und wir müssen vielleicht mal tatsächlich das Historische aufbereiten bis in die Neuzeit und wir können euch schon sagen, dass sehr sehr viele von euch, auch diejenigen, die jetzt sagen, worum geht's, feststellen werden, dass sie schon sehr intimen Kontakt mit der Unbekannten aus der Seine gehabt haben werden. Aber das rollen wir natürlich dann später auf innerhalb dieser Sendung. Wir machen das jetzt so, wir erzählen mal die Geschichte, so wie sie überall kolportiert wird. Das heißt also, jetzt kommt ein Teil, der spekulativ, unbelegt oder wie auch immer ist, aber dafür sehr schön, sehr romantisch so als Geschichte und gucken dann hinterher mal, was dran ist und was sich belegen lässt. Und wenn wir das machen, also wenn wir die Geschichte der Unbekannten aus der Seine erzählen, dann ist schon mal der erste Knackpunkt, wenn man den Wikipedia Artikel anschaut, das da steht oder das da darauf hingedeutet wird, dass die Person, die die Vorlage gebildet hat für diese Totenmaske, so um 1900 aus der Seine geborgen wurde. Und das lässt sich dann schon in gewissen Quellen nicht mehr belegen, da scheint es dann doch früher schon diese Geschichte gegeben zu haben. Aber das vielleicht erst mal nur vorausgeschickt als Einstieg und jetzt kommt die Geschichte. Es geht im Grunde genommen darum, dass man eine junge Frauenleiche identifiziert hat. Und Alexa hat schon gesagt, es ist relativ unklar, wann ursprünglich mal um 1900, heute sagt man eher. Und man hat sie in Paris tatsächlich aus der Seine geborgen und herausgezogen. Und es ist den Menschen, die diese Wasserleiche gefunden haben, sofort aufgefallen. So wird es übertragen und übermittelt die Geschichte, dass es sich um ein sehr friedliches und sehr hübsches Gesicht gehandelt hat, dieser Toten, von der man ausgegangen ist, dass sie in den Selbstmord gegangen ist. Jetzt muss man so ein wenig sich die Situation in Paris der damaligen Zeit anschauen. Und das Interessante ist, dass man bei solchen Leichen, die man nicht zuordnen konnte und wo auch niemand jemanden als vermisst gemeldet hat, war es so, dass sie aufgewahrt wurden im Leichenhaus. Und zu der Zeit, in der diese Geschichte spielen soll, muss man sich das Pariser Leichenhaus insbesondere an den Wochenenden so ein bisschen vorstellen wie so eine Jahrmarktsattraktion. Das ist jetzt nicht sonderlich eingängig, aber tatsächlich sind in der damaligen Zeit Menschen am Wochenende, sogar Familien in das Leichenhaus gegangen, um die dort aufgebahrten Leichen sich anzuschauen. Das hatte so eine Mischung aus Gruselkabinett, vielleicht das, was wir heute auch haben, True Crime, also vielleicht Mordopfer zu sehen, die wie auch immer entstellt sind unter Umständen. Und das hat eine sehr hohe Attraktivität gehabt, wie gesagt, eigentlich unvorstellbar. Und das Problem mit der Toten aus Dassin war dann das Problem, dass im Grunde genommen sie niemand identifiziert hat und es gab dann im Grunde genommen zur damaligen Zeit nur ein Mittel, was man dann angewendet hat, um eine spätere Identifikation noch zu ermöglichen. Denn man kann sich vorstellen, dass irgendwann man eine Leiche auch nicht mehr aufbahren kann. Man hat eine Totenmaske angefertigt, das heißt man hat einen Abdruck des Gesichtes gemacht. Und man hat das deswegen gemacht, weil sie so schön war. Das heißt also, da hat ein Mensch gearbeitet, ein Mann vermutlich, in diesem Leichenhaus und der hat sofort gesagt, mein Gott, dieses junge Mädchen, diese junge Frau sieht so schön, so friedlich, so lächelnd und enigmatisch aus. Das berührt mich jetzt irgendwie, von der nehme ich einen Gipsabdruck und fertige oder lasse dann eben eine Maske anfertigen. Genau, also es klang jetzt vielleicht so, als ob man das immer gemacht hätte. Den Aufwand hat man natürlich nicht immer betrieben. Es war oder es ist bekannt, dass von in Anführungsstrichen prominenten Totenmasken angefertigt worden sind und in Ausnahmefällen dann auch von in Anführungsstrichen normalen Menschen. Und hier war es also so, dass das Gesicht so attraktiv gewesen ist. Hast du ja mal gesagt, das müssen wir doch der Nachwelt aufbewahren, diesen Gesichtsausdruck. Einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Totenmasken machen wir nachher noch. So, also das ist im Grunde genommen die Geschichte, die erzählt wird, die tradiert wird und was dann stattgefunden hat und das ist jetzt allerdings tatsächlich alles belegt, was jetzt kommt, im Grunde genommen ist die Tatsache, dass diese Totenmaske dann ja in Massenproduktion, möchte ich fast behaupten, gegangen ist. Also zumindest wurden da mehrere Abdrücke von gemacht, es wurden Kopien hergestellt und dann war es so, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler und auch Autorinnen und Autoren plötzlich diese Totenmaske bei sich in ihren Häusern hatten oder in ihren Ferienhäusern hatten und sich von diesem Gesicht haben inspirieren lassen. Und es gibt da eine ganze Reihe von Literatur in ganz Europa, die darauf dann Bezug genommen hat. Genau, das heißt also der Teil der Geschichte, Selbstmörderin wird aus der Seine gezogen, sie ist so schön, dass jemand im Leichenhaus sagt, da muss ich jetzt einen Abdruck nehmen, Maske erstellen lässt. Das ist im Prinzip eine, ja man kann fast sagen, Sage. Und die Massenproduktion, das heißt die kommerzielle Verbreitung dieser Maske und die Inspiration, die sie für Autoren, Autorinnen und Künstler geboten hat, das ist dann wiederum, wie Alexander gerade gesagt hat, schon erkennbar. Weil sie sich einfach ab 1900 und besonders so bis in die 20er, 30er Jahre hinein wirklich durch die Belletristik und durch die Lyrik zieht. Und es ist sogar in der Literatur, auch in der kulturgeschichtlichen Literatur hinterher die Rede von einem regelrechten Kult. Also dass junge Frauen wirklich gesagt haben, dieses ruhige, lächelnde Antlitz ist jetzt irgendwie mein Vorbild und entspricht dem Frauenbild, vielleicht auch dem Frauenbild der Gesellschaft und ist für mich eben etwas, dem ich nacheifern kann. Also etwas, an dem ich mich orientieren kann. Um vielleicht mal ein Zitat zu bringen von dieser Inspiration oder auf diese Inspiration hin, die wir angesprochen haben. Wir haben hier zum Beispiel bei Rainer Maria Rilke die Aufzeichnung des Malte Lauritz-Brigge von 1910 ein Zitat, das sagt, der Mouleur, an dem ich jeden Tag vorüberkomme, hat zwei Masken neben seiner Tür ausgehängt. Das Gesicht der Jungen ertränkten, das man in der Morg abnahm, weil es schön war, weil es lächelte, weil es so täuschend lächelte, als wüsste es. Also allein die Art und Weise, wie dieses Gesicht hier schon beschrieben ist, deutet darauf hin, dass dieses Geheimnis, was diese Maske umgibt, natürlich Teil der Geschichte ist und Teil der Faszination, die dieses Gesicht und die ganzen Umstände eben ausmacht. Es gibt dann tatsächlich auch eine ganze Novelle, die da heißt Die Unbekannte, erschienen 1934 von Reinhold Konrad Muschler. Und da spielt diese Figur eine Hauptrolle und da wird es dann also eine ganze Geschichte gesponnen und dann gibt es irgendwann das Zitat, als sie, als dann sozusagen der Geliebte wieder zu seiner ursprünglichen Verlobten aufbricht, geht sie ins Wasser und ihr Anlitz lächelte verklärt, als man sie fand. Übrigens, diese Novelle, die wird als der absolute Kitsch beschrieben, also von den Kritikern komplett zerrissen und bis ins Peinliche hinein sentimental, glaube ich, lauten so die Kritiken. Aber kommerziell unfassbar erfolgreich, also bis zu hunderttausend Mal direkt abgedruckt und verkauft und insofern natürlich irgendwie spricht sie die Menschen der Zeit an, ist kurz danach auch in einen Film umgewandelt worden und auch das zeigt ja den kommerziellen Erfolg von dieser Geschichte, dieser Novelle. Das heißt also, da sieht man schon, aber in welche Richtung das geht, also es ist eigentlich immer oder in fast allen Literatur- und Filmerzeugnissen die Rede davon, dass das eben eine Frau ist, die aus irgendwelchen Gründen Selbstmord begangen hat und eben ein unglückliches Leben geführt hat und dann eben den Tod sozusagen als Befreiung gefeiert hat, was dann eben auch dieses verklärte Lächeln erklärt. Also überhaupt dieses Lächeln ist halt immens wichtig in der Interpretation der Zeit und es ist teilweise sogar die Rede davon, dass es die Drowned Mona Lisa ist, also die ertränkte Mona Lisa und die Motive, die da eine Rolle spielen, die können wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen aufrollen. Aber vorher vielleicht nochmal ein früheres Literaturerzeugnis, das 1899 nämlich schon veröffentlicht wurde und da sind wir dann eben wieder bei der Frage, wann genau entspinnt sich diese Geschichte, wann ist sie sozusagen in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung vorhanden und wenn man sich das anschaut, ist es eben schon 1899 spätestens der Fall und die Rede ist hier von Richard Legallians Worshipper of the Image und das ist eine ziemlich gruselig makabre Geschichte von einem Menschen, der sich eben, obwohl er eine Familie hat, also eine Frau und eine Tochter und eigentlich glücklich sein müsste, sehr von diesem Porträt von dieser Unbekannten aus der Seine ja einnehmen lässt und er tauft dieses Porträt, das er natürlich dann auch als Maske erwirbt, silencieux und dieses Porträt, also diese Maske entwickelt dann auch ein richtiges Eigenleben und hat fast in dieser Ausprägung so ein bisschen was Dämonisches und treibt ihn dann dazu, seine Familie zu vernachlässigen, sich von seiner Frau abzuwenden und seine Tochter dann nicht vernünftig behandeln zu lassen, als sie krank wird. Kurzum, am Ende hat er seine Frau verloren, hat seine Tochter verloren und steht irgendwie alleine da und findet das aber auch irgendwie okay, weil seine Frau dann im Tode sozusagen dieser Maske gleicht und für ihn ist dann irgendwie die Welt trotzdem in Ordnung. Also es ist alles schon so ein bisschen fatal und makaber. Wir erleben hier, glaube ich, eine sehr große Romantisierung. Die Totenmaske, die ja real ist, die man sich anschauen kann, hat hier eine unglaubliche Projektionsfläche geboten, auf die ja Autoren, Komponisten, also bis heute. Es gibt sogar einen Song, also französisch die Unbekannte aus Dessin, von der Band Velle Erdball, die also entsprechend einen Song gemacht hat, der noch relativ neu ist, aber auch klassische Musik. Wir haben Solo-Choreografien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also eine wirklich sehr große Leinwand, die dieses Gipsgesicht, so sage ich es jetzt einfach mal, geboten hat und das über Europa hinweg. Und das ist schon wirklich erstaunlich und das ist insofern schon mal alleine bemerkenswert, denn die Geschichte rund um die Unbekannte geht ja noch weiter bis in die heutige Zeit, denn ich habe ja schon gesagt, ihr alle werdet oder sehr viele von euch werden schon mit ihr zu tun gehabt haben. Aber hier sehen wir also erstmal so im frühen 20. Jahrhundert, dann bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein erstmal so wirklich eine Welle und in gewissen Kreisen, also ein bisschen zu Nabokov, war das einfach ein Thema. Da wusste man auch bei jeder Andeutung, dass genau diese Unbekannte aus Dessin gemeint ist. Und vielleicht noch kurz zu den Motiven, die da natürlich auch mitschwingen, denn wir haben ja schon wiederholt jetzt besprochen, dass es um eine angebliche Selbstmörderin geht, die ins Wasser gegangen ist, in die Seine, in den Tod gegangen ist. Und diese Romantisierung des Ertrinkungstods und des Selbstmords, indem man ins Wasser geht, spielt natürlich auch auf große Vorbilder der Literaturgeschichte an. Wir haben da zum einen natürlich das Motiv der Ophelia aus Shakespeare's Hamlet. Ophelia, die Geliebte und vielleicht sogar Verlobte von Hamlet, die mitbekommt, dass Hamlets Gemütszustand sich ins Schwierige und ins leicht Wahnsinnige bewegt und die dann selber über seine Zurückweisung und den Tod ihres Vaters, der von Hamlet umgebracht wird, wahnsinnig wird. Und dann im Stück wird es einmal von der Mutter von Hamlet so beschrieben, als sei sie in einen Weidenbaum geklettert und der Ast sei gebrochen und dann sei sie in einen Bach gefallen und ertrunken. Ein Priester auf dem Friedhof sagt aber, wir können sie nicht vernünftig kirchlich begraben, weil sie sich umgebracht hat. Also da ist der Fall eigentlich klar. Und jetzt ist die Frage, ob Shakespeare diese Verwirrung mit diesen zwei Darstellungen absichtlich gestiftet hat oder ob es einfach eine Unregelmäßigkeit im Stück ist. Es gibt auch andere Gelegenheiten, wo das in Shakespeare's Stücken der Fall ist. Aber man kann schon davon ausgehen, dass im Prinzip der Selbstmord die wahrscheinliche Variante ist. Und dann haben wir natürlich eben mit der Ophelia eine Frau, die sozusagen über die Liebe und ihre Stellung in der Gesellschaft wahnsinnig geworden ist und dann als einzigen Ausweg dann eben das ins Wasser gehen sieht. Und die Interpretationen dieser Figur gehen dann entsprechend auch immer in die Richtung, dass eben sie sich nur auf die Art und Weise von der Bevormundung ihres Bruders und ihres Vaters befreien konnte, indem sie sich eben umgebracht hat. Und dass auch die Dinge, die sie sagt, als sie schon wahnsinnig geworden ist, im Prinzip nur so ein Befreiungsschlag sind aus diesem Korsett der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir eine Anspielung auf die Lady of Charlotte. Das ist eine Ballade von Tennyson. Und diese Ballade ist 1832 veröffentlicht worden. Also ist in der Zeit, als L'Anconville de la Seine schon im Bewusstsein der Menschen auftaucht, also weit verbreitet, beschäftigt sich mit der Arthussage. Und die Lady of Charlotte ist eine Anspielung auf die Herrin vom See und hat auch so ein bisschen was von Rapunzel. Also sie lebt in einem Zaubergefangen, in einem Turm mitten auf einer Insel im Fluss und kommt da nicht weg. Eines Tages sieht sie Lancelot und verliebt sich in ihn und versucht dann eben in einem Boot von dieser Insel zu entkommen. Und je mehr sie sich eben von diesem Turm, von dieser Insel entfernt, desto mehr schwinden ihre Kräfte. Und sie kann dann nur noch sozusagen ein letztes Lied singen, als sie dann in der Nähe des Ufers ist. Und dann stirbt sie eben. Also auch hier der Tod im Wasser oder das Nicht-Entkommen-Können als Anspielung. Wobei natürlich das Motiv dann wiederum in der Arthussage auch als Herrin vom See eben auftaucht. Die zumindest in Teilen auch Anklänge an eine Figur hat, die wiederum als Wassergeist auftaucht. So, das vielleicht zur Motivik, das heißt also der Ertrinkungstod, Frauen, Wasser, unglückliche Liebe und so weiter ist natürlich im Bewusstsein der Menschen sehr, sehr stark verankert. Das alleine ist schon eine sehr verrückte Geschichte, so wie wir sie erzählen. Aber sie hat tatsächlich noch weitere Konsequenzen im Grunde genommen, die wir jetzt beschreiben können. Denn die Figur, ich habe das schon beschrieben, so bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war sie bekannt. Und dann irgendwann, wie das so ist, vielleicht auch ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und dann gab es die Idee, Beatmungspuppen, sogenannte Phantome, sagt man in der Medizin, zu kreieren. Warum? Man hat festgestellt, dass die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein sehr hilfreiches Mittel ist, um Menschen zu helfen. Und Medizinstudierende haben das typischerweise zur damaligen Zeit untereinander trainiert, aneinander. Das hat dazu geführt, dass man dem einen oder anderen auch mal die Rippe gebrochen hat bei so einer Reanimation, weil man natürlich auch fest auf den Brustkorb drücken muss. Und so entstand irgendwann die Idee, ob man nicht eine Puppe kreieren könnte, mit der man das dann üben könnte. Und das Ganze war aus dem Bereich der Notfallmedizin entstanden. Und es war dann so, dass sich der norwegische Hersteller Laedal, unter dem Leiter Asmund S. Laedal, diesem Thema angenommen hat. Das war ein Betrieb, der Erfahrungen mit Kunststoffverarbeitung hatte, aber im Grunde genommen Puppen und Spielzeug hergestellt hat. Laedal hatte ein besonderes Interesse, nämlich aus dem familiären Kreis, denn sein eigener Sohn wäre fast ertrunken und ist reanimiert worden. Und er hatte also da aus diesem Grund ein großes Interesse, da was zu kreieren. Und er hat dann eine standardisierte Puppe entwickelt, die Resuscitation heißt, glaube ich, so kann man es aussprechen. Von Resuscitation, Wiederbelebung. Genau. Und er hat dann natürlich überlegt, wie man dieser Puppe ein gewisses lebensnaher Aussehen geben kann und ist dann dabei auf das Gesicht der Toten aus der Seine gestoßen. Und hat nun damit begonnen, seit 1960 die Resuscitation zu entwickeln, die im Gesicht dieser Beatmungspuppe eben genau die Unbekannte aus der Seine abbildet und damit eine der weit verbreitetsten Wiederbelebungstrainingspuppen der Welt tatsächlich ist. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das sind Dinge, die belegt sind. Ja, ja, genau. Also hier sind wir jetzt wieder im Reich der Fakten angekommen. Auf der anderen Seite ist jetzt der Umstand, dass Lerda deswegen dem so zugeneigt war, weil sein eigener Sohn fast ertrunken wäre und dass er eben sich von dieser Maske, die bei seinen Großeltern im Zimmer hing, hat inspirieren lassen zu seiner Resuscitation. Und dass damit eben diese angebliche Unglückliche, die vielleicht wegen einer verlorenen Liebe ins Wasser gegangen ist und nicht mehr wiederbelebt werden konnte, die meist geküsste Frau der Welt ist und eben genau zu diesem Zweck auch für die Gesellschaft tätig ist. Und eben indem sie Menschen zeigt, wie man jemanden, der ins Wasser gegangen ist oder fast ertrunken ist, wiederbeleben kann. Das ist eine Wendung, die man sich kaum vorstellen kann vor lauter Romantik und dann nachträglicher Gerechtigkeit und irgendwie die so eine schöne Abrundung bildet. Und so, dass es dann eben eben diese Geschichte wieder in den Mythos mit übergegangen ist und heute sozusagen als Teil des Mythos miterzählt wird. Aber eben diese Inspiration ist faktisch belegt und man kann da heute auch noch Interviews hören mit dem Sohn von Lerda, der das eben auch so erzählt. Das heißt also bis hin zur Maske, die da hing und ihn inspiriert hat zu diesem Gesicht, kann man es belegen. Aber wer eben hinter dieser Maske steckt, das ist dann wieder im Reich der Mythen und Sagen zu verankern. Genau so ist es. Also da wissen wir nicht, wer die Person ist. Wir können jetzt auch nochmal sagen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht dieses Gesicht geschönt worden ist. Ja, vielleicht nochmal genau an dieser Stelle kurz ein Wort zu Totenmasken. Man kann selbst heute noch sich Totenmasken anfertigen lassen, aber gerade im 19. Jahrhundert ist das wirklich weit verbreitete Praxis, so etwas zu machen. Das heißt also, wir haben auch ein Objekt, das in der Gesellschaft eine gewisse Stellung hat und bekannt ist und die Leute sozusagen nicht verwundert per se, sondern es ist eben diese besondere Ausprägung, dieses Lächeln, dieses ruhige Gesicht und die Tatsache, dass es eben ein junges Mädchen ist, was angeblich Selbstmord begangen hat, was es für die Leute so faszinierend macht und nicht der Umstand, dass es eben eine Totenmaske ist. Wir haben von sehr vielen berühmten Menschen Totenmasken auch überliefert und diese Totenmasken sind Erinnerungsstücke. Das heißt, man will sich eben an die Menschen erinnern und das ist eine Praxis, die wirklich bis in die Antike, nicht ununterbrochen, aber auch in der Antike zu finden ist. Wenn gerade unter den Römern die Totenmasken meist aus Wachs als Teil des Ahnenkults auch zu finden sind, übrigens nicht zu verwechseln mit Begräbnismasken. Also wenn wir zum Beispiel diese goldene Maske von Tut-Anti-Armun uns vorstellen, das ist eine Maske, die eben als Prunkstück mit ins Grab gegeben wurde und nicht als Erinnerungsstück für die Lebenden fungiert. Aber eben eine gängige Praxis, zum Beispiel hat mich als Kind immer besonders fasziniert, dass es von der Kaiserin Elisabeth, also Sisi, eine Totenmaske gibt. Und wobei man natürlich sagen muss, dass du da, wenn sie eben nicht nachträglich geschönt werden, wirklich die Züge von Verstorbenen halt auch hast. Das heißt, die Gesichter sind meistens recht eingefallen und wirken unter Umständen auf den Betrachter auch eher verstörend und nicht eben so anrührend wie das Antlitz von diesem jungen Mädchen aus der Seine. Genau, also und da kommen wir jetzt so langsam dahin, dass im Grunde genommen es dann irgendwann Stimmen gab, die gesagt haben, naja, also eine Selbstmörderin hat vielleicht gar nicht so entspannt ausgesehen. Generell die Erfahrung mit Ertrunkenen ist die, dass das Gesicht bei weitem nicht so friedlich, halb lächelnd, also fast, du hast es schon mal gesagt, fast Mona Lisa-esk ist. Wir werden gleich nochmal ein wenig auf, weil es auch wichtig ist in diesem Kontext, auf die Details, was passiert eigentlich beim Ertrinken eingehen. Und dann gab es Menschen, die gesagt haben, eventuell ist das gar keine Totenmaske einer Verstorbenen, die man aus einem Fluss gezogen hat. Ja, es gibt, also Forschung ist zu viel gesagt, weil man eben die Quellen nicht zum Ursprung zurückverfolgen kann oder es nur wenig Hinweise gibt, denen man wirklich konkret nachgehen könnte. Es gibt eine Kultur- und Literaturwissenschaftlerin namens Elisabeth Bronfen, die in ihrer Habilitationsschrift Over Her Dead Body von 1992 sich mit dem Thema Tod und Weiblichkeit befasst und das aus kunstgeschichtlicher und literaturgeschichtlicher Warte. Und die eben auch über die Unbekannte aus der Seine schreibt und erstmal eine Art Interpretation dafür bietet, warum diese angebliche Totenmaske zu so einem Kultobjekt geworden ist. Eben weil sie so eine Projektionsfläche bietet für die Menschen, die da alles mögliche hineininterpretieren können. Also sie schreibt zum Beispiel, sehr interessant, eben allein auch durch die Tatsache, dass es keine verbürgte Geschichte gibt, dass sie eine Unbekannte ist, dass sie keinen Körper besitzt. Also indem sie keinen Körper besitzt, sondern nur das Gesicht, hat sie auch keinen sozialen Körper. Das heißt, wir können nichts sagen über ihre gesellschaftliche Stellung. Es gibt zwar Menschen, die versucht haben zu interpretieren, wo sie in der Gesellschaft verankert ist anhand der Frisur. Also die Frisur zum Beispiel deutet jetzt nicht unbedingt auf jemanden hin, der so diese Turban-ähnlichen Frisuren von Anfang des 20. Jahrhunderts trägt, sondern sie scheint eine einfachere Frau zu sein. Also sie hat die Haare gescheitelt in der Mitte und dann zurückgebunden. Aber das ist natürlich auch alles schwierig irgendwie zu belegen. Aber sie sagt halt, also es ist die absolute Projektionsfläche für alles, was wir Weiblichkeit und Tod eben als Gesellschaft so zuschreiben. Und sie sagt aber auch, dass die Geschichte gar nicht unbedingt wahr sein muss, so wie sie erzählt wird. Und dass es Hinweise darauf gibt oder eine mögliche Erklärung gibt, nach der ein Hamburger Maskenhersteller, also Gipsmaskenhersteller, einfach seine Tochter genommen hat als Modell und dass auch ein Forscher sozusagen dann die angebliche Unbekannte aus der Sand irgendwann mal lebend und guter Dinge angetroffen hat. Und das ist so eine mögliche Erklärung dafür, dass es dann eben, ja, Fälschung möchte ich nicht sagen, aber doch eine andere Bewandtnis eben mit dieser Maske hat, als man so gemeinhin in dieser Geschichte findet. Oder eben, dass es ein Modell aus Frankreich ist, was tatsächlich dafür posiert hat, für diesen Gipsabdruck. Und wenn man jetzt Experten fragt, da wirst du sicherlich auch gleich nochmal was dazu sagen, Alexander, wie das so ist mit dem Ertrinken, gerade dann eben so zu lächeln oder ein Lächeln so konserviert zu haben, das ist wirklich ein Ding fast der Unmöglichkeit. Und das ist selbst für ein Modell gar nicht so einfach, beim Abnehmen eines Gipsabdrucks dieses Lächeln eben beizubehalten. Also das ist schon ein Hinweis darauf, dass das jemand gemacht hat, der wirklich Ahnung vom Posieren hat und vielleicht ein professionelles Modell gewesen ist. Ja, gehen wir nochmal darauf ein. Also diesen Punkt werden wir nicht beantworten können. Das ist jetzt eine Theorie einer Schrift, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Wir werden es nicht nachzeichnen können. Und es ist natürlich auch durch die künstlerische Aufladung dieser Gipsenmaske einfach extrem schwierig, wenn man ganz, ganz viel findet zu dieser Maske. Aber es ist halt sehr viel Literatur im Grunde genommen oder künstlerische Verarbeitung dieser Maske. Und wir haben ganz wenig Realität, auf die wir blicken können in diesem Kontext. Was wir aber nochmal machen können und das ist vielleicht generell auch nochmal ein wichtiges Thema, ist nochmal das Thema aufzugreifen. Wie ist es denn, wenn man ertrinkt und das klingt jetzt ein wenig makaber, aber wichtig ist vielleicht hier nochmal für alle, die zuhören, nochmal einmal deutlich zu machen und zu unterstreichen, dass Ertrinken nicht so aussieht, wie wir es im Fernsehen oder Kino gezeigt bekommen. Also mit den Armen schlagen, nochmal schreien und dann immer mit dem Kopf über Wasser, unter Wasser. Oder das ist so ein Topos, den wir aus dem Film kennen. In der Realität ist das nicht der Fall, denn typischerweise ist es so, dass es ein Ereignis ist, wo die Kräfte erlarmen von Menschen. Und interessant hierbei ist vor allen Dingen der Umstand, dass man ja so das Gefühl hat und das kenne ich auch noch so aus Krimis, dass immer geschaut wird, wenn jemand ertrunken ist, hat der Wasser in der Lunge oder nicht. Und wenn jemand dann gefunden wurde und der hat gar kein Wasser in der Lunge, dann war immer klar, aha, der ist vorher umgebracht worden und den hat man nur ins Wasser reingeschmissen, damit es so aussieht, als ob er ertrunken ist. Das ist gar nicht so und ich war sehr überrascht, als ich mich da ein wenig eingelesen habe, dass das nicht der Fall ist. Denn im Grunde genommen passiert beim Ertrinken, also der Grund dafür, dass wir dann unter Wasser sind, ist natürlich vielfältig. Aber folgendes, wir können so rund eine Minute die Luft anhalten, die allermeisten. Wir wissen natürlich, dass es besondere Apneutaucher gibt, die das bis zu zehn Minuten auch können. Die trainieren aber auch viele Jahre, um das so hinzubekommen. Also durchschnittlich können wir eine Minute lang die Luft anhalten und dann passiert etwas, was wir gar nicht vermeiden können. Wir atmen reflexartig ein. Also wir sind darauf angelegt und das unterliegt dann irgendwann nicht mehr unserer willentlichen Kontrolle, einatmen zu wollen. Und wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt unter Wasser befinden, passiert etwas, nämlich dass Wasser in die Atemwege gelangt. So weit, so wie ich es ja auch gerade beschrieben habe. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Es entsteht ein sogenannter Stimmritzenkrampf. Das heißt, die Muskulatur am Kehlkopf zieht sich reflexartig zusammen. Das ist ein Schutzmechanismus, der verhindern soll, dass Wasser in die Lunge gelangt. Das Problem dabei ist, dieser Krampf, diese reflexartige Reaktion bleibt so lange bestehen, bis man per Körper sicher ist, dass kein Wasser mehr in die Lunge gelangt. Und was da dann passiert, ist, dass die Atmung komplett blockiert wird. Und wenn die Atmung gar nicht mehr arbeitet, dann gelangt kein Sauerstoff mehr ins Gehirn. Und das ist in der Regel dann das, was zur Bewusstlosigkeit und dann auch zu Hirn- und Garnschäden und dann zum Tod führt. Das heißt, grundsätzlich stirbt man zwar am Sauerstoffmangel, aber nicht daran, dass Wasser in die Lunge gelangt ist. Das ist ein Frugschluss. Es kann dann natürlich sein, dass unter Umständen dann später, wenn der Tod eintritt und dann auch dieser Krampf nachlässt, Wasser in die Lunge eindringt. Aber das muss eben nicht sein. Interessant ist der Umstand, wenn also jemand aber in diesem Zustand der Bewusstlosigkeit noch gefunden wird, dann beginnt man ja tatsächlich auch mit der Reanimation. Und dann passiert das, was man natürlich auch aus Filmen kennt. Man hustet dann Wasser unter Umständen aus, was in die Lunge gelangt ist. Und dann gibt es so ein Phänomen, warum Menschen, die man so reanimiert hat, immer ins Krankenhaus gebracht werden und dann auch überwacht werden. Denn durch das Wasser in der Lunge können die Lungenbläschen verkleben. Und das kann dazu führen, dass zum einen Infektionen entstehen. Das passiert dann, weil in der Bewusstlosigkeit sich dieser Stimmenritzenkrampf wieder löst. Genau. Und dann kann eben doch Wasser in die Lunge kommen. Oder eben, dass man mit dem ersten Schwung schon sehr viel Wasser in die Lunge geraten ist. Beides ist denkbar. Aber typischerweise ist der Krampf so schnell, dass gar nicht so viel Wasser eindringen kann. Und hier gibt es so diesen Begriff des sekundären Ertrinkens durch die Schädigung durch Wasser in der Lunge und dann die Schädigung der Lungenbläschen. Und dann auch durch die Infektionen, die dort auftreten können. Aber das ist sehr umstritten. Also es gibt nicht die offizielle Diagnose des sekundären Ertrinkens. Aber das ist auch ein Aspekt, den man immer bedenken muss. Das heißt also nochmal, im Grunde genommen ist es nicht Wasser in der Lunge, was am Ende zum Tod führt. Sondern typischerweise ist es dieser Stimmenritzenkrampf, der dazu führt, dass das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, weil die Atmung aussetzt. Das ist das, was typischerweise zum Ertrinkungstod führt. Wir können auch noch ein wenig auf die Zahlen schauen. Ich finde die relativ beachtlich. 2020 sind 378 Menschen in Deutschland ertrunken, laut Angaben des DLRG. Und 335 von diesen 378 haben in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen ihr Leben verloren. Gar nicht unbedingt im Meer oder am Meer. Und 4 von 5 Opfern sind männlich. Also das heißt hier unterschätzen offensichtlich Männer sich mehr als Frauen, was dieses Thema angeht. Und leicht sind Übermut sind also hier das Thema. Das Problem ist im Moment zunehmend, das ist ein generelles Problem in der Gesellschaft, dass es immer mehr geschlossene Schwimmbäder gibt und Kinder nicht mehr unbedingt gut schwimmen lernen können in der Schule. Wir mussten das früher alle noch machen. Ja, wir haben das, die Pferdchen und den Freischwimmer gemacht. Das war, glaube ich, so gang und gäbe. Und das ist also tatsächlich jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie noch mal schwieriger geworden, weil natürlich auch die Schwimmbäder geschlossen worden sind. Also es ist ganz, ganz wichtig. Wir können auch noch mit ein paar Gerüchten aufräumen, also der volle Bauch, der volle Magen, wenn man ins Wasser geht, ist das wirklich gefährlich? Nein, tatsächlich ist das nur bedingt gefährlich. Man rät aber davon ab, weil es durchaus dazu kommen kann, dass man unter Umständen bei den Schwimmbewegungen erbrechen könnte, einfach wenn der Magen sehr, sehr voll ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Atemwege und der Mund da eben dann nicht mehr frei sind. Das ist gefährlich. Also insofern sollte es durchaus nicht der ganz volle Magen sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass Schwimmen sehr viel Kraft kostet, sehr viel Energie zehrt. Das heißt, ausgehungert sollte man genauso wenig schwimmen gehen, weil einem dann auch die Kräfte schwinden können. Und vor allen Dingen nicht die eigenen Kräfte überschätzen. So ist es. Und wir haben gerade schon gehört, nach einer Minute hört es dann auf mit dem Luftanhalten, wenn man untergegangen ist und dann setzt eben so ein Stimmritzenkrampf an. Denn also insofern gesundes Mittelmaß, also nicht gerade die Pommes Mario gerade drin haben und dann Kopfsprung ins Wasser, sondern dann vielleicht mal ein bisschen warten. Aber im Grundsatz, wenn man einen stabilen Magen auch hat, ist das gar nicht so gefährlich. Hier auch noch der Hinweis, eine Minute, ich sage es nochmal, kann es im Grunde genommen dauern. Also insofern achtet immer auf eure Kinder, wenn ihr mit denen im Schwimmbad seid. Nicht sagen, ich kriege es ja schon mit, wenn das anfängt zu strampeln und ertrinken, sondern da sollte man immer einen wachen Blick auf die Kinder haben. Und wenn man das nicht hinbekommen kann, weil irgendwas anderes dazwischen kommt, dann sollte man die Kinder mal aus dem Wasser dann auch rausholen. Das wäre der Rat, den man hat. Der Kälteschock, wenn man ins Wasser springt, ist auch immer ein Thema. Also es kann zu Schockreaktionen führen, wenn es einen sehr, sehr großen Temperaturunterschied führt. Und das führt dann aber nicht dazu, dass das Herz sofort stehen bleibt, sondern das kann eher dazu führen, dass man die Orientierung kurzfristig verliert oder bewusstlos führt, also dass das Herz stehen bleibt. Das habe ich früher nochmal als Kind gelegentlich gehört. Das ist natürlich Quatsch, aber das ist ein Reflex, der auftritt, wenn plötzlich auf den erhetzten Körper kaltes Wasser kommt. Und deswegen sollte man das vermeiden, sollte sich so ein bisschen ans Wasser akklimatisieren. Dann kann das der Kreislauf besser verkraften. Und ganz, ganz spannend ist auch noch der Umstand, dass nasse Kleidung einen nicht nach unten zieht. Das ist auch so ein Trugschluss, den viele Leute immer glauben. Den habe ich übrigens auch mal weiter verbreitet. Ich glaube, da ging es um das Ertrinken in flachen Gewässern mit schwerer wollender Tudor-Kleidung. Und da bin ich hinterher darauf hingewiesen worden, dass das eben nicht unbedingt so sein muss, dass man da wirklich wie so ein Stein sofort nach unten gezogen wird und dann eben auch in flachen Gewässern ertrinken kann. Sondern Kleidung kann einem sogar Auftrieb geben unter Umständen. Genau, manchmal sammeln sich ja so Luftblasen und die machen es dann ein bisschen einfacher, über Wasser zu bleiben. Und generell, wenn man dann natürlich jemanden retten möchte, der ertrunken ist, sollte man sofort erstmal nach Hilfe suchen und dann mit der Wiederbeatmung und der Herzlungenmassage beginnen. Weil es einfach wichtig ist, dass weiter das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Jetzt haben wir nach diesem Diskurs immer noch keine abschließende Antwort darauf, wer die Unbekannte aus der Szene wirklich gewesen ist. Aber ich kann zum Schluss noch eine Anekdote liefern, von der man wirklich sagen kann, dass sie Fiktion ist. Und zwar mit voller Absicht erstellte Fiktion. Es hat sich nämlich der Künstler John Gotoh mal auf die Suche gemacht nach dem Ursprung der Unbekannten aus der Szene und hat nichts gefunden und hat dann irgendwie beschlossen, seine eigene fiktionale Geschichte aufzuschreiben. Und man findet heute noch die Seite im Netz, wo er diese Geschichte dokumentiert hat. Und er kommt dann durch gewisse Indizien darauf, dass die Unbekannte aus der Szene eine ungarische Künstlerin, darstellende Künstlerin, also ein Musical Artist ist und Eva Laszlo geheißen hat. Und dass diese Frau, die dann eben irgendwie oder deren Hinweise dann in Argentinien auftauchen, von ihrem Geliebten umgebracht wurde. Also die hat dann nicht mehr Selbstmord begangen, sondern ist von ihrem Geliebten Louis Argonne umgebracht worden. Und er verquickt diese Geschichte, die er sich ausgedacht hat, so ein bisschen mit Fakten, die sich belegen lassen. Also da wird ein Buch genannt, was es tatsächlich gibt. Und solche Dinge machen es dann natürlich besonders leicht für Leute, das dann wiederum als Quelle zu nutzen und weiter zu verbreiten. Und es finden sich wirklich teilweise in Artikeln über die Unbekannte aus der Szene eben Hinweise darauf, dass sie vielleicht die Ungarin Eva Laszlo gewesen ist. Und man hat ihn mal gefragt, wie er das denn jetzt so sieht, die Geschichte, die er sich da ausgedacht hat. Und er meinte, irgendwie hat er nicht damit gerechnet, dass die Leute das wirklich ernst nehmen. Er hat schon gedacht, irgendwie, die werden das schon als Fiction betrachten. Und war, glaube ich, ein bisschen peinlich berührt, dass das so ein Eigenleben entwickelt hat. Also, wenn euch im Zusammenhang mit der Unbekannten aus der Szene der Name Eva Laszlo begegnet, dann ist das Fiction von einem Künstler. Ja, beim nächsten Training achtet mal drauf, ob ihr eine Ressassi-Anne oder Annie habt. Schaut ihr nochmal ins Gesicht und dann könnt ihr euch an diese Episode erinnern. Das Foto haben wir natürlich auch auf der Homepage stehen, als Episodenfoto zu dieser Episode. Und wir hoffen, dass dieser Exkurs, dieser etwas breite Bogen von irgendwann um die Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts bis heute euch ein wenig unterhalten hat, vielleicht nochmal einige Informationen, die ganz interessant sind zum Thema Ertrinken. Mir war das so nicht bewusst mit diesem Stimmritzenkrampf. Das war mir echt neu. Aber gut, man beschäftigt sich vielleicht auch nicht so intensiv mit diesem Thema. Also, insofern habe ich zumindest bei dieser Episode was gelernt und vielleicht konnten wir euch auch ein wenig was Neues mitgeben. Und jetzt würde mich aber schon noch interessieren, Alexa, was es mit dem Eiffelturm und den Nachtaufnahmen auf sich hat. Jawohl. Die Auflösung Ja, ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen, dass das mit den kommerziellen Nachtaufnahmen vom Pariser Eiffelturm tatsächlich illegal ist, aber dass man da nicht wirklich was zu befürchten hat. Also, der Hintergrund ist folgender. Die Urheberrechte am Eiffelturm als Motiv sind seit 1993 gefallen, also 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers, Gustav Eiffel, sind die erloschen. Das heißt also, der vom Tageslicht erhellte Eiffelturm ist überhaupt kein Problem, könnt damit machen, was ihr wollt mit den Fotos. Aber für die Lichter-Show gibt es ein anderes Urheberrecht. Und das, also diese Show wurde erst 1985 von Pierre Bideau kreiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass der immer noch die Urheberrechte hat. Und dann gibt es noch eine Gesellschaft, die das Ganze verwaltet. Und das sorgt dafür, dass man eben unter Umständen wirklich Probleme bekommen könnte, wenn man eben solche Fotos verkauft oder wie auch immer. Das ist die Société d'Exploitation de la Tour Eiffel. Und diese Betreibergesellschaft des Eiffelturms sorgt dafür, dass das eigentlich umgesetzt wird mit den Urheberrechten. Jetzt ist es aber so, dass natürlich wahnsinnig viele Leute den nächtlichen Eiffelturm fotografieren und vielleicht auch sogar mal ein Foto bei Instagram posten. Also ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich da gewesen wäre. Jetzt ist es ja mit dem Reisen im Moment ein bisschen schwierig, aber wer weiß. Und insofern sind die Fälle zu zahlreich, um sie wirklich zu verfolgen. Man sollte das Ganze aber trotzdem mit Vorsicht genießen. Also wenn man wirklich aus kommerziellen Gründen eben diese Fotos macht oder wenn man sie eben mit einem Projekt in Zusammenhang bringt im Netz, mit dem man irgendwie Geld macht oder sie verkauft oder so, das sollte man vielleicht sein lassen oder sich zumindest vorher bei dieser Gesellschaft irgendwie vergewissern, dass das geht. Und ansonsten, also wenn man die Fotos ganz für private Zwecke macht, dann ist es sicherlich kein Thema. Und es ist auch nicht so, dass da Leute umhergehen und wenn man da fotografiert, dass sie einem dann irgendwie den Fotoapparat oder das Handy wegnehmen oder so. Also da braucht man, glaube ich, eher keine Angst zu haben, aber auf jeden Fall vorsichtig sein und im Zweifel mal nachfragen. Spannend. Damit sind wir am Ende der 283. Episode und gehen dann jetzt für uns erstmal ein wenig in den Urlaub hinein, können euch aber natürlich die Ferngespräche ans Herz legen. Bei den Live-Sendungen dienstags werden wir dabei sein mit ungewohntem Hintergrund, aber an den Sendungen nehmen wir trotzdem teil. Das können wir schon mal sagen, die da kommen mit spannenden Themen. Wir können auch noch empfehlen, euch den Podcast Pestilenz, Ausrufezeichen. Das ist ein Podcast, der entsteht begleitend zur Ausstellung Pest, eine solche verändert die Welt in Wittenberg im Duttermuseum und die ganz eingeweihten Zuhörer wissen jetzt schon, oh, dann hat das was mit dem Buddler zu tun und genau so ist es. Das ist der begleitende Podcast zu dieser Ausstellung, die ja von Mirko Gudja produziert wird und der ersten Folge Pest und Schinken kommt Just Truly Hoax Mistress zum Tragen. Genau, da hatte ich die Ehre und das Vergnügen mit Mirko Gudja über das Thema Pest in Sagen und Märchen zu sprechen, vor allen Dingen aber in Sagen und im Vorfeld das Vergnügen, sehr viele Pestsagen lesen zu dürfen und das war spannend, hat mir auch das ein oder andere nochmal vor Augen geführt und ich habe da auch einiges nochmal gelernt und es war einfach ein spannendes Thema und ich würde wahnsinnig gerne mir auch diese Ausstellung angucken, müssen wir mal schauen, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Also auf jeden Fall ist dieses ganze Thema und die Ausstellung natürlich sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, dürfen wir da spoilern, dass wir da auch sowieso noch im Rahmen dieser Ausstellung tätig werden? Ich weiß das nicht, nein, das sagen wir besser gar nicht. Wir lassen es jetzt bei dieser vagen Andeutung. Wir können weder bestätigen noch leugnen, dass es einen Vortrag im Rahmen dieser Ausstellung noch von Wuxilla geben wird. Thema Vortrag ist übrigens noch ein ganz, ganz gutes Thema. Wir halten demnächst bei der VHS in Rheinbeek hier oben im Norden nochmal als Hinweis, einen Vortrag zu einem Thema, da werdet ihr jetzt ganz überrascht sein. Es ist die VHS Sachsenwald und der Veranstaltungsort ist Rheinbeek. Nicht, dass ich das jetzt falsch sage, um Gottes Willen. Und dieser Vortrag trägt den Titel Fake News und Verschwörungsmythen. Wen überrascht es, dass wir darüber einen Vortrag halten? Wir halten den am 25. November um 19.30 Uhr. Und das findet dann statt in der Stadtbibliothek Rheinbeek. Kostet 10 Euro Eintritt, dieser Vortrag. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mit teilnehmt. Die Plätze sind begrenzt. Es haben sich auch schon Menschen angemeldet. Das freut uns sehr. Und für alle die Fragen, den wird es mit Sicherheit nicht online geben, sondern das wird ein Vortrag sein, der dann für die VHS Sachsenwald Rheinbeek-Wendorf entsteht. Und wir freuen uns aber da schon sehr drauf. Werden wir euch verlinken, wenn ihr da Interesse habt. Und am 25.11. Das ist ein Donnerstag. Da in der Nähe seid. Dann kommt gerne vorbei. Da freuen wir uns schon drauf. Da freuen wir uns drauf. Und letztlich können wir dann noch sagen, quasi die Rückkehr aus unserem Urlaub wird begleitet von einem neuen Format, das da heißt Klug scheitern. Alexa, was hast du da vor? Das ist interessant, dass du jetzt klug scheitern sagst. Ich sage immer klug scheitern. Also allein schon über die Frage der Betonung, glaube ich, kann man sprechen. Das ist eine Live-Sendung, die hinterher als Podcast zu hören sein wird. Und zwar live startet das Ganze bei den Wild Mics auf Twitch am 6.9. um 20 Uhr. Und ein paar Tage später wird das Ganze als Podcast, also im Audio-Format zu hören sein. Und zwar beim Portal Storytel. Das ist ein Streaming-Dienst für Audio-Inhalte, für Hörbücher und jetzt dann eben auch für Podcasts. Und ja, es ist mir eine große Freude für dieses Projekt mit ganz, ganz vielen tollen Leuten zu sprechen. In der ersten Folge, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnen darf oder soll, ob ich es schon spoilern darf. Wen hast du denn zu Gast? Ja, wen habe ich denn zu Gast? Also ich habe zu Gast mein liebes Ehe gesponst, welches hier neben mir sitzt. Also Alexander ist zu Gast. Und ich habe Nicole Jäger zu Gast. Euch vielleicht bekannt als die Fettlöserin, die Autorin von Nicht direkt perfekt. eine wirklich eine fantastische Comedy-Künstlerin, die so derartig klug und schlagfertig und wortgewandt ist, dass es mir immer wirklich, dass es mich aus den Socken haut. Wirklich. Ich finde sie einfach großartig. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Sendung und bin gespannt darauf, mit ihr über das Thema Fehler zu sprechen. Welche Fehler man mal so gemacht hat, die einem dann aber doch hinterher irgendwie weitergeholfen haben und aus denen man was gelernt hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nur ab und zu mal aus Fehlern was lerne. Also aus manchen habe ich wirklich was mitgenommen. Bei anderen wiederum erwische ich mich dabei, dass ich die immer wieder mache. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen auch so geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was meine Gastmenschen zu diesem Thema zu sagen haben. Genau. Die Sendung ist 6.09.20 Uhr live zu sehen und danach dann, wie du schon gesagt hast, bei Storytel. Wir sagen auch schon mal, der Fernseher, das ist exklusiv bei Storytel. Und da werden jetzt wahrscheinlich einige Leute stöhnen, aber umgedreht muss man auch mal ganz klar sagen, dass Storytel dieses Format finanziert und ohne Storytel gäbe es die Sendung halt überhaupt gar nicht. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Und insofern schaut es euch an live oder überlegt euch dann, euch das anzuhören, denn die Live-Sendung verschwindet dann tatsächlich von Twitch. Das ist nicht wie bei den anderen, sondern es ist einmalig live und dann ist weg. Und dann sind die Inhalte, die Audio-Inhalte exklusiv bei Storytel. Tja. So. Und jetzt glaube ich, falle ich um und schlafe und dann werden wir uns demnächst mal tatsächlich urlaubsmäßig bewegen. Ich glaube, relativ klimaneutral innerhalb Deutschlands. Auch da können wir euch beruhigen. Wir bleiben ganz ruhig und nicht wild in unserem Urlaub und wollen ein wenig durchschnaufen, damit wir dann auch die letzten Monate gemeinsam mit euch wieder hier bestreiten können. Die Planungen für die letzten Folgen von Hoxilla laufen bereits. Wir haben auch schon ganz viele Ideen. Also insofern glaube ich, werden wir nicht müde und freuen uns und sind im Grunde genommen auch schon wieder überrascht, dass wir den August in Anführungsstrichen schon rum haben und wie es hier läuft mit Hoxilla und wie ihr uns begleitet und unterstützt uns und sind ja jedes Mal baff erstaunt. Bedanken uns bei euch. Wünschen euch alles Gute. Jetzt sind wir vielleicht noch ein bisschen unkommunikativer, als wir es sowieso schon sind, weil wir es gar nicht schaffen, auf alles zu reagieren, was ihr uns schreibt. Sind aber dienstags live zu sehen, falls ihr Sehnsucht haben solltet und dann ganz bald wieder mit einer neuen Folge Hoxilla. Bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.